hallo und willkommen zu einer neuen runde dead by daylight der guten lori welcher killer könnte das wohl sein man weiß es nicht auf jeden fall hat er tödlicher verfolger dabei so hätten wir das geklärt auf zum ersten gen ein totem in ehren kann niemand verwehren ja wir kämpfen also wir spielen gegen mastermind albert wesker natürlich und der survivor hat sich gedacht ich nenne mich mal so hat ihm wohl nichts genutzt der jane ist zugegangen wir gehen mal direkt zum nächsten hier ist einer der ist schön und ruhig ja die runde wird es kann ja wohl nicht wahr sein halte durch ich komme da ist die kiste ja dann laufen wir mal zur nächsten person auch Ja, die Tunneläuser auch noch. Oh, dann geh ich sie mal abhängen. Ich hab da so ein Déjà-vu. Abliff doch stotten! Oh, mach so stotten! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das glaube ich nicht. Dann laufen wir mal so rum. Oh, oh, oh! In your face, let's go! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das okay. Und noch eine Runde. Ich hab hier die Verfolgungsjagd meines Lebens. Ah, okay. Das lass ich gelten. Ich hatte mich vorhin ja noch beschweren wollen. Hier vier Leute hingen schon. Ne, fünf Leute haben schon gehangen und nur einen Jen gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass sie mich hier nicht hängen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, das war eine sehr schöne Verfolgungsjagd. Die müssen jetzt auch damit belohnt werden, dass ich hier entkomme. Genau. Oh, der Ellen hat ja eine Wunde dort. Oh, da erliegt ein Spray. Das ist für mich. Das kenne ich mir jetzt. So, ich hoffe, die zwei sind jetzt... Ach nee, das sind zwei unterschiedliche Gems, wo die dran sind. Von wo kommen sie? Ich geh einfach mal hier ran. Oh. Sie ist dead on hook. Ja, ich hoffe, Clodet macht jetzt auch mal so eine schöne Jagd. Hält den Resker mal gut im Schuss, im Zaun. Damit Ellen und ich die Gems hier noch befeuern können. Wir brauchen ja nur einen, aber... Das ist natürlich gut, wenn jetzt einer loslassen muss. Na Ellen, wer wird eher fertig? Ich glaube ich. Ich glaube ich. Okay. Okay. Dann geh ich mal Flux retten. Okay. Ich bin da. Und ich bin da. Ich bin da. Du hast nur da. Du hast nicht. Oh. Oh, dieser Albot wird gejagt. Da ist er noch, wir schaffen das haben. Claudette, der ist tot, wenn der hängt. Die kleine Sonne, der ist tot, wenn der ist tot, wenn der ist tot, wenn der ist tot, wenn der ist tot. Die kleine Säckchen, Claudette, da wollt ihr mich noch blockieren? Ja, 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 ja. Wo ist der, Claudette? Ja, 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 den Namen merken wir uns, ne, hier, ne. Oh, was hat der Mastermind denn alles dabei? Düsterumarmung. Ach, Düsterumarmung ist das, okay. Spannungsstoß, okay. Tötischer Verfolger, wusste ich. Freunde, bis zum Schluss habe ich, glaube ich, einmal angetackt bekommen. Ah, ja, 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 die zwei. Aber nicht so dabei. Ja, schade, dass der Ellen und die Käthe... Na ja. Aber, ich habe echt am Anfang gedacht, die Runde, die gibt nichts. Wir schaffen vielleicht ein, zwei Gen. Aber jetzt so im Nachhinein, mit meiner schönen Verfolgungsjagd, also Chase, fachlich genannt, haben wir es dann doch geschafft. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Mir hat es definitiv gefallen, dass ich so lange durchgehalten habe. Gegen Wesker. Lasst gerne ein Like und oder einen Kommentar da. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Runde auch begrüßen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.